Wir alle sehnen uns nach Freiheit und Unabhängigkeit, die Einschränkungen des Alltags hinter uns lassen, neue Wege gehen, zu neuen Zielen aufbrechen, Visionen wahr werden lassen. Mit der legendären Knospe fing alles an. Dann folgte eine Entwicklung in Riesenschritten. Der Siegeszug der Reisefreiheit war unaufhaltsam. Im Münsterland entstand aus soliden handwerklichen Anfängen ein Industriebetrieb mit Serienfertigung von europäischem Format. Heute exportiert LMC seine Wohnwagen und Reisemobile in 14 europäische Staaten. Diesen Erfolg verdankt LMC der kontinuierlichen Arbeit im Dienste der Kunden. LMC beschäftigt zurzeit mehr als 400 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Über 80 Neueinstellungen in den letzten zwei Jahren geben Anlass zu Stolz und Zuversicht. Entscheidend ist die Leistung von Mitarbeitern und Geschäftsführung und deren Zusammenarbeit bei marktgerechten Entscheidungen für moderne Produktionsverfahren. Mit exzellentem Know-how in Entwicklung und technischer Konzeption. Für Kreativität bei der Gestaltung wohnlicher Innenräume. Die enormen Investitionen der letzten Jahre in computergesteuerte Hochleistungsmaschinen führen zu hoher Produktivität und Qualität und sichern gleichzeitig mit modernsten Fertigungsmethoden die Wettbewerbsfähigkeit der Marke LMC. Musik 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 Moderne, computergestützte Fertigungsmethoden allein sichern aber keine solide handwerkliche Qualität. Hier ist immer noch das Engagement und die Routine der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt. Hier rollen Sie als beeindruckender Beleg unserer Markenphilosophie. Eine Produktion von über 5000 Wohnwagen und 1200 Reisemobilen im Jahr. Und mit unseren Kunden rollen Sie dorthin, wo Sie hingehören, in die Reisefreiheit. Wohin Sie wollen, wann immer Sie können. Bei LMC werden ständig neue Ideen entwickelt und umgesetzt. Für die Leichtigkeit des Seins in Ihrem Urlaub. Bei uns werden sogar Ihre Fahrräder geliftet. Genial, einfach, leicht und natürlich absolut sicher. So genießen Sie an jedem Ort die Freiheit, die Sie brauchen. Wieder zu Hause in Ihrem Caravan. Nutzen Sie die Flexibilität und den Komfort unserer Einrichtungskonzepte, wie unseren Vario-Tisch. Oder den praktischen Geschirrständer mit der Schneidabdeckung. Den zentralen, lageunabhängigen Duschabfluss. Die Klarsicht-Dachhauben mit vielen Einstellmöglichkeiten. Das Fenster mit Einhandbedienung. Und das Multifunktions-Rollot. Das geschlossene Rollot bietet Sicht-, Hitze- und Insektenschutz bei ungehindertem Blick nach draußen. Der stabile Flaschenkastenboden aus Aluminium. Die Deichselabdeckung. Und farblich abgesetzt, Wassereinfüllung und Steckdose. Und natürlich das technisch aufwendige Kontrollpanel mit Elektroblock. Sehr nützlich im Dunkeln, die Vorzeltleuchte. Die Fernbedienung ersetzt die Suche nach dem Schalter. Die gelungene Synthese von Form und Funktion ist heute für die Caravan-Touristik ein absolutes Muss. LMC arbeitet schon seit Jahren erfolgreich an diesem Anspruch. Die Harmonie von Reisefreiheit und Urlaubsfreude erlaubt keine Misstöne. Unseren Kunden bieten wir die optimale Verbindung von Wohnen und Reisen auf geschmackvolle Weise. Zum Beispiel die gerundete Kantenschiene. Die Heckwand der Reisemobile aus Glattblech. Stauräume für viel Gepäck. Formschöne Hängeschränke mit Designerecken sorgen für ein attraktives Platzangebot. Stoffdesign und Gardinen müssen perfekt harmonieren. Die großzügigen Sanitärräume sind komplett ausgestattet. Im teilintegrierten Liberty hat das Innenraumdesign einen deutlich mediterranen Touch. Bei einer sportlich extravaganten Formgebung im Ganzen. Der TI, ein Design-Trendsetter. In der Entwicklungsabteilung reagiert man schon jetzt auf die Aufgaben der Zukunft. Aufgehobene Kundenansprüche ist die Antwort. Höherwertige Produkte. Eine neue Produktions- und Logistikhalle wird zu einer weiteren Optimierung der Abläufe führen. Die europäischen Marktperspektiven verlangen nach neuen Produktionskapazitäten. Mit dem Neubau eines neuen Kundendienstcenters rüstet sich LMC für die Zukunft. Der Trend zu immer besseren Serviceleistungen für die Kunden ist unaufhaltsam. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. LMC. Erfahren Sie die schöne Dimension der Reisefreiheit. LSD-FRECK-TEKMANN arladien 1.2.1.10. 100% eder